Das wird so ein kleiner Test, ich habe mir damals ein kleines Tüllchen genommen. Ich habe das befüllt mit meiner Brennpasta, das ist so eine kleine Dose, wie Sie vielleicht sicher viele kennen, also Luftdruckgewehrkugeln und da will ich auch jetzt noch testen wie lange das brennt. Ich habe mir hier extra die Uhr gestellt, man kann erkennen, hier ist gestartet, das heißt kurz vor Viertel, also kurz vor Viertel fünf. Und jetzt werden wir mal schauen, wie lange das Teil brennt. Ich bin wirklich gespannt, wie lange das Döschen durchhält. Und natürlich gibt es auch ein kleines Käfchen. Ich habe auch die Bedingungen sehr gut, habe meinen Windschutz gebastelt und eigentlich gebastelt, aufgestellt einfach. Und da will ich jetzt einmal testen, wie lange das wirklich durchbrennt. Ja, inzwischen ist mein Käfchen fertig, wir haben bereits ca. 12 Minuten, wo das schon brennt. Das ist immer noch relativ viel drinnen, jetzt schauen wir mal, wie lange es noch dauert, bis das ausgebrannt ist. Ja, das brennt noch schön vor sich hin. Ja, es brennt nun bereits seit 16 Minuten, und da ist jetzt immer noch etwas drinnen, da ist ein paar Rodel vor sich hin. Sehr schön. Nun, nach knapp 19 Minuten geht es aber jetzt hier zu Ende, und da flackern eigentlich nur mehr die letzten Reste von der Brennpasta. Also, man kann sagen, mit einer vollen Dose kann man ca. 20 Minuten damit brennen. Und jetzt ist sie so eben erloschen. Jetzt zeige ich euch nochmal die Größe des Döschens. So, hier nochmal Vergleich der Dose zum Darnungerbecher. Dass man sich das vorstellen kann, weil es ist wirklich ein kleines Döschen und brennt mit der Brennpasta an die 20 Minuten, wenn es befüllt ist. Und das finde ich jetzt nicht schlecht. Für alle, die natürlich gerne mit Minimalausrüstung und vielleicht nur ein Käfchen machen. Und nicht auch nicht den ganzen M71 mitschleppen wollen. Vielleicht, sondern nur so ein kleines Ding. Und eben den SBIT-Kocher als, quasi als Abstellung, dann ist das perfekt. Hier nun das kleine Döschen geschlossen. Und das passt auch optimal. Mein SBIT-Brenner. Und somit hat man eigentlich alles dabei. Und das Ganze noch in den Becher. Und man ist komplett. Okay, das war's Freunde. Danke fürs Zuschauen. auch anders. Vielen Dank.